Vor der Montage sollte zunächst die Endbehandlung wie eine Lackierung durchgeführt werden, um Knarzen zu verhindern. Der Aufbau der Treppe sollte von mindestens zwei Personen vorgenommen werden. Dies sind die Pakete für die Treppe Corfu, Rodos oder Mykonos mit Viertelwendelung. Sollte Ihre Treppe mit Setzstufen ausgestattet werden, kommt ein weiteres Paket hinzu. Reklamieren Sie beschädigte Pakete sofort beim Transportunternehmen. Beginnen Sie mit den Wangenteilen. Kontrollieren Sie das Schraubenset auf vollständigen Inhalt. Wenn Sie die Stufen aus optischen Gründen nur verleimen möchten, benötigen Sie die Möglichkeit, großen Aufpressdruck durch Zusammenspannung mit einer großen Schraubzwinge zu erzeugen. Beschichten Sie die Stufen mit Leim und stecken Sie die Stufen in die dafür vorgesehenen Ausfräsungen. Anschließend legen Sie das zweite Wangenteil oben auf. Nun verspannen Sie die Treppe. Der Leim sollte gemäß Herstellerangaben aushärten. Bei einer Befestigung mit Schrauben müssen Sie die vorgebohrten Löcher für beide Wangenteile erst durchbohren. Auf der Außenseite senken Sie die Löcher leicht an und stecken Sie die Stufen in die dafür vorgesehenen Ausfräsungen. Legen Sie nun das zweite Wangenteil von oben auf und verschrauben Sie die erste Seite. Nun auf die andere Seite drehen. Verschrauben Sie die zweite Seite. Wenn Sie noch Setzstufen verbauen wollen, schrauben Sie die Schrauben noch nicht ganz in das Holz. Um die Setzstufen zu befestigen, bohren Sie zwei Löcher nah am Rand der Stufen vor. Legen Sie die Stufe an die Treppe an und versenken Sie zwei Schrauben durch die Löcher. Die andere Seite befestigen Sie mit zwei Winkeln. Jetzt können Sie die Schrauben in das Wangenteil komplett versenken. Bei der Wendelung sind die Teile je nach Ausführung mit L oder R markiert. Pfosten links, Wangenteil 1, Wangenteil 2, Stufen S1, S2 und S3, Pfosten 2 und 3. Bohren Sie die Löcher der Wangenteile vor und versenken Sie sie auf der Außenseite und verleimen Sie die Dübel in den Löchern. Schieben Sie nun die beiden Wangenteile ineinander. Nun an der Verbindung der Stirnseite drei Löcher bohren. Achten Sie auf genug Abstand zum Rand. Die Löcher versenken und Teile verschrauben. Anschließend die vorgebohrten Löcher der Pfosten für die Stufen 1, 2 und 3 durchbohren und versenken. Jetzt die Stufe S1 in die Ausfräsung 1 stecken. Stufe 2 in der Mitte einfügen und Stufe 3 oben einsetzen und mit einer Schraube fixieren, damit sie nicht herausfallen kann. Montieren Sie den kleineren Pfosten bündig zwischen Stufe 2 und Wangenteil. Hierbei müssen Sie wieder zwei Löcher vorbohren und versenken. Danach den Pfosten einsetzen und mit Schrauben befestigen. Montieren Sie auf die gleiche Art den zweiten Pfosten. Den Pfosten unter Stufe 3 anlegen und bündig verschrauben. Auf dem Boden lässt es sich ab hier nun leichter montieren. Den Pfosten zur Befestigung der Stufen aufsetzen. Wichtig dabei ist, dass die vorgefrästen Fugen verdeckt sind. Durch die vorgebohrten Löcher den Pfosten mit den Stufen verschrauben. Zum Schluss schrauben Sie die restlichen drei Schrauben zur Befestigung der Stufen am Wangenteil fest. Jetzt können Sie die Wendelung an der Treppe anbringen. Schieben Sie hierfür die beiden Teile aneinander. Verschrauben Sie die Imbusschraube mit der Mutter und führen Sie diese durch das vorgegebene Loch und schieben die Aluhülse auf die Schraube. Jetzt beide Teile zusammenschieben. Die Halbmonde zwischen Mutter und Holz einfügen. Mit Hilfe von Imbus und Gabelschlüssel die beiden Teile auf ebenem Untergrund zusammenziehen. Nicht zu fest, da Holz nachgibt. Schrauben Sie jetzt die obere Verbindung mit drei Schrauben fest. Anschließend verschließen Sie die Verbindungsstelle mit den Abdeckplatten. Benutzen Sie zum Verklopfen ein Stück Restholz und schleifen Sie die Überstände ab. Sollte die Treppe noch mit Setzstufen ausgestattet werden, sind längere Stufen für die Wendelung beigelegt. Diese müssen gegebenenfalls noch an die Stufenhöhe angepasst werden. Die Setzstufen verschrauben Sie wie gehabt mit Winkeln und durch Vorbohren. Stellen Sie die Treppe genauso auf, wie sie anschließend stehen sollte und richten Sie sie mit der Wasserwaage aus. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Die Treppe mit Winkel und beigelegten Schrauben am Boden befestigen. Zeichnen Sie dazu die Löcher am Boden ab und bohren sie vor. Hier erfahren Sie, wie eine unsichtbare Befestigung der Treppe erfolgt. Zeichnen Sie dazu den Umriss des Pfostens am Boden ab. In der Mitte der Abzeichnung ein Kreuz setzen. Wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, lassen Sie bitte Vorsicht walten. 5 bis 6 cm Bohrlochtiefe sollten möglich sein, aber erkundigen Sie sich vorher, wie tief Ihre Heizung wirklich liegt. Eine Klebebandmarkierung hilft. Stecken Sie den passenden Dübel in das Loch. Schrauben Sie nun die beigefügte Bodenschraube mit einem Zehnerschlüssel so weit in den Boden, dass die Schraube noch ca. 1 cm übersteht. Führen Sie die Markierung am Pfosten zur Mitte der Unterseite fort. Hier markieren Sie wieder ein Kreuz. An diesem Kreuz kann jetzt vorgebohrt und dann in der Größe der Schraube nachgebohrt werden. Setzen Sie die Treppe auf die im Boden versenkte Schraube auf. Wir empfehlen am Pfosten eine leichte Silikonfuge anzubringen. Nun fixieren Sie die Treppe auf beiden Seiten an der oberen Wand mit den beigefügten Winkeln. Dies sind die Teile für den Handlauf. Die Pfosten sind mit L für links oder R für rechts markiert. Pfosten 1 ist unten, Pfosten 2 die Mitte und Pfosten 3 oben. Wir beginnen mit Pfosten 1 und spannen ihn an das Wangenteil. Kontrollieren Sie, ob der Pfosten gerade im Lot steht. Bohren Sie zwei Löcher durch den Pfosten und versenken Sie diese. Anschließend verschrauben. Füllen Sie die Löcher des Pfostens 1 und 2 mit Silikon aus. Setzen Sie den Pfosten 2 fest in die Mitte des Wangenteils. Nun führen Sie die Eisenstangen in 1 und 2 ein. Die dicke Stange kommt hierbei an das obere Ende der Pfosten. Den Pfosten ins Lot bringen. Ist dies der Fall, bohren Sie auch hier zwei Löcher vor. Versenken Sie wieder die beiden Löcher. Jetzt schrauben Sie den Pfosten fest. Pfosten 3 wird gleichermaßen befestigt. Er sitzt am oberen Ende des Wangenteils auf. Silikon nicht vergessen. Dies verhindert, dass die Stäbe lose in den Löchern liegen. Den Pfosten ins Lot bringen. Hierbei müssen Sie wieder zwei Löcher vorbohren und versenken. Schaffen ist ein bisschen zu tun. Es wird nicht so gut sein. Schaffen ist ein bisschen zu tun. Für das ist ja der Fall. Ich bin jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin jetzt ein geist. Vielen Dank.